Hallo und herzlich willkommen, ihr Wichsschnitzel-Flatterfotzen-Indianer-Penislucht. Wir spielen jetzt einen Spielmodus, in dem ich schlecht bin. Heute dabei ist der... Heute dabei... Ja? Ja. Wie viele Spiele sind denn drin? Oh, es hat schon gestartet. Wird man hier gebannt, wenn man liebt? Ne. Okay. Oh, hallo und herzlich willkommen. Ja, aber was werden wir heute tun? Wir werden auf jeden Fall alle anderen heftig zerficken. Und da auch schon so den ein oder anderen Dildo verbrauchen. Ich bin Let'schid, ist ein... 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 Expo. Der ist... Platz... 2800. Ähm... Könnte das Ganze hier schlecht ausgehen. Oh, da gibt's eben die Kombo. Da gibt's eben die Kombo. Vielleicht kommt bald ein Vlog mit uns beide, oder Maki? Könnten wir machen. Ja, ich kaufe mir eine Kamera davor. Ja, ich kaufe mir eine Kamera davor. Ja, ich kaufe mir eine Kamera davor. Ich kaufe mir eine Friesgabe mit. Ich werde das nicht gewinnen. Ich glaube, das ist dem meisten schon bewusst. Ich glaube, ich lege dann einfach Gändle von Laser-Tag drunter. Da bin ich ganz gut derzeit. Spiel mir danach noch eine Runde Laser-Tag. Heute reden wir über die... Schwänze, oder? Die Kinder. Echt? Diese schwarzen Kakao-Babys. Fuck, du hast die bessere Range. Ja, und die Terroristen. Also, wie gesagt, die Terroristen sind ganz schlimm, aber deshalb heute auch gar nicht das Thema sein. Wie du dann noch verkackt hast, du... Das soll aber heute gar nicht... Ja, genau, aber das soll jetzt heute gar nicht das Thema sein. Ich habe Instagram. Ich blende jetzt das Profilbild ein. Und was ist gerade das wieder hoch? Ah, Landschaftsbilder. Ich tue nämlich so, als wäre ich richtig sportlich. Ich war in den letzten Tagen ein paar Mal... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, es ist das? Oh, nein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, es ist das. Ein halbes Herz, ein halbes Herz, ich habe ein halbes Herz. Ich jetzt? Ja. Wir haben es dann aber nicht. Ich weiß. Nein! Ich kriege jetzt bald mein Mikrofon, dann gehen die Minecraft-Desplays weiter. Da kann ich ja auch. Ja, genau, ich nur wieder, wenn ich mir Gäste einladen, die dann eigene Häuser bauen dürfen und so. Neuer Insider-Equip-Sau. Aber letztendlich meine Pussy-Könne, ich schwöre, Maren. So abgehoben. Ja. 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 Fuck, der hat ein Diamantschwert oder so. Oh nein, Abstauber. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht in der Runde. Nein, ich war so dumm. Von allen Seiten. Mann, der hat mich schon vorgehebtet. Der hat mich zweimal mit dem Pfeil getroffen, glaube ich. Ich habe keinen Minecraft-Sound. Hey, mir ist es gerade aufgefallen, ich habe keinen Minecraft-Sound, oder? Ah doch, mal ganz weiße, ich muss ihn doch da machen. Oh fuck. Wie du gutes Equip hast. Wie viele Herzen hast du noch? Nein, ich habe dich getroffen im Sprung, ja. Das muss man mir zugute halten. Gut, das ist auch zum Stream, da braucht man das. Äh, nee. Deine Mutter in meiner Vagina. Bitch. Ach fuck. Jetzt, lass mich in Ruhe. Komm doch, du Hans-Wurst, ich habe WhatsApp-Gruppe. Deine Mutter. Ey, ich schwöre. Nein, lass mich. Nein, schwöre. Nein, 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 nein. Friede, Friede. Schwöre, Friede. 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 Deine Mutter in meiner Wurz. Ich dachte, du wirst getötet. Scheiße. Ich schreie schon, aber du schreist andauernd. Das heißt, du bist andauernd richtig leise. Oh, ich möchte ihn. Ich möchte ihn. Oh. 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 Ja. Oh. Ah, du bist low. Jawohl. Oh, schwöre. Ah, scheiß, jemand Schwert. Töt ihn. Er hat keine Chance mehr. Seine Mutter hat ihn verlassen. Und sein Vater hat ihn vergewaltigt. Hixi. Ha? Ja genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich denke, ihr habt gesehen, dass ich gewonnen habe. Ich Photoshop das. Ich meine, ich habe wirklich gewonnen. Danke fürs Zusehen. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Und dass das auch wirklich gut ankommen wird. Danke für die vielen Support. Ihr könnt jetzt auch spenden. Ab 100.000 Euro dürft ihr mich im Real Life treffen. Das wäre wirklich ein Hilfepall. Ich habe die Pest. Und... Die ist aber nicht ansteckend. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und ciao! Oh! B Uh. Bist du 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 du! Bist du 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 bluur.